Ohne aufgesetzt. Oh! Ich habe es gesehen, trotzdem wieder her. Ja, ja. Ich sehe schon einen Wickel. Geht schon los? Oder Süd. Ja, geht schon los. Ich nehme zufällig. Ich nehme zufällig. Ja, ich nehme zufällig. Ich nehme die little bit. Hehehe. Lulu. Luku. Jawohl. Aber hier haben wir schon lange nicht mehr. Aha. Wie Kickel? Die Drohne ist bestimmt tonnen schwer, dass sie da den Bambus so wegräuft. Den Bildschirm kriegst du kaputt. Auf jeden Fall kein Billig-Scheiss. Die Farben sind schon los, es leuchtet ja richtig. Genau, mein Deadfall. Ella. Die Farben sind schon los. Die Farben sind schon los. Die Farben sind schon los. Keine Ahnung, ob hier einer ist. Die Tür ist zu. Hinten. Hier. Rechts von dir, da war die Ella als Sony. Richtung Westen. Hier hinten. Ja. Da ist. Habste. Ella ist weg. Gute waren hier vorne. Der ist bei mir. Er ist weg. Nein. Ich muss den Arzt schmecken. Stopp. Trauer der Wiese. Nein. Zweimal gesehen. Zweimal treffen können. Verdammt. Gut. Ah. Da wird im Tee Raum. Keine Wahl. Auch hat immer eine Wahl. Das will ich nicht spielen und ich höre jetzt auf. Nein. Doch, du kannst es so machen, man. Oder du kannst sagen, okay, ich gehe mit hier rum. Das ist ein Boot. Gut. Das hört sich an, gell? Oh scheiße, aber ein Ding. Wie hältst du denn hier? Ja, ui, das war knapp. Ich habe den Panisch erwischt. Ich habe den Panisch erwischt. Elefant. Mal weniger Bonbons essen. Oder Johnny, mal weniger Bonbons essen. Ja. Oh Gott, es ist schwer. Ich muss mal weniger Wunsche essen. Ich spiel. Jetzt habe ich irgendein Ding zerstört. Irgendein Ding? Irgendein Egg ist. Halt schön zu. Ich warte nicht. Juki. Der Thomas Leezen von der Arbeit. Der geht auch nach Onkels, aber nach Köln, ne? Wo kommt die Wander? Oh, der Engel macht schon irgendeine Sichtung? Wir kommen! Wir sind da, Johnny! Wir haben Kontakt links von dir! Links von dir! Bist du offen hier neben uns? Achso! Hey Junge! Sascha! Keine Ahnung, ich habe keinen gesehen. Links ist frei, also links sehe ich nichts. Willst du mich jetzt sprengen? Ich gehe mal hier rüber, komm ich da durch? Ah ja, guck mal hier, können wir abbauen. Ah! Andere Seite, Fenster! Fenster hier bei mir! Ich glaube, das ist hier nur Ablenkung gewesen. Ah, der ist! Termade gerade durch! Termade gerade durch! Oh nein! Pistolen, Dreck! Nein! Das Schild ist genau bei mir! Oh nein! Ist der da noch Derby? Ja, hier ist noch einer! Er hat Black Ice bekommen, der Bug. Hab ich! Hier, hier am Fenster, ganz ruhig! Pfff! Und hier auch! Und dort! Genau links von dir, ne? Oh nein! Kader! Kader! Kuh! Puh! Jetzt richtig wild! Auf einmal ging der Sturm los. Pff! 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 Ja, ihr könnt auch zu Ende spielen, ist mir egal. Richtig spielen. Das könnte aber auch noch drei Runden dauern. Ja, ich kann aber auch warten. Komm, Scheiße, wir gehen raus. Echt. Also eine kann ich noch mitspielen. Wir haben gerade einen Kaffee gemacht. Ich bin jetzt voll, dass wir gelieft haben. Musst du auch essen, Terror, oder was? Ich muss im Bett. Ach so, Frühschicht wieder. Ruhe, Frühschicht. Immer Frühschicht. Ich bin nicht mehr im Trupp. Ich auch nicht, weil wir gelieft haben. Oh Gott, die Welt. Labrador hat mal einen wieder. So. Und wieder da. Wollt ihr spielen? Wann? Ja. 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 Bist du immer noch Gold 2, Daniel? Ja, irgendwie ja. Da. Dann geh mal der nächste. Oder? Ja. Ja. Leicht ist es ja trotzdem nicht. Platin 1. Platin 3. Gold 2. Terror ist jetzt Silber 2. Und ich war Silber 3, ne? Okay. Ich brauche noch 7 Match. Alter. Ja, oder der letzte Match war jetzt auch nicht so leicht, ne? Boah, Silber. Kann man nicht mal in eine normale Map kommen? Aber wir sind verteidiger, also am Anfang. Das wäre mal schön. Okay, ich verteidige. Ja, wen wollen wir? Ja, Karl. Oder wen, Hass Silber? Ja, ein Blitzohr-Jakal. Hm. Boah. Bitschelt hat mich eben ganz schön überrannt, ey. So überrammelt. Man hat sich schön dezent zurückgehalten, ne? Der war am Arsch der Welt. Ablenkungsmanöver war das, glaube ich, da, diese große Wand. Alter, warum spielen die die denn? Behindert? Mein Player. Ja, mit Z! Ähm. Wen nehmen wir weg? Hier ist Clash, ne? Weil... Wir haben ja keine Probleme mit der Arbeit. Ja. Dann spiele ich mal Mira am Anfang. Wir nehmen, denke ich mal, oben rechts, ne? Den Raum. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Das ist der Raum, den du dachtest? Ah, lalala, er nimmt John Chunker. John Chunker! Ja, Smoke ist doch gar nicht mal so schlecht, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich mich da hinstellen soll, die Luftpumpe, da kannst du mit der Pistole auf Distanz und das kann ich nicht. Schrotze da von dem Tashanga, die ist so ein Schrott. Ich bin hier, Nick. Ich muss sich da reinschießen manchmal. Oh, warum auf? Ist das gut? Hä? Oh je. Die machen erstmal krach. Ah, Jäger haben wir nicht, ne? Da hängt einer. Na raus Kammer. Kann ich noch voll bei der Arbeit machen. Hä? Derby hat es erwischt in der Küche. Sony unter dir. Ja. Ich bleibe hier in der Ecke. Sinn auf dem Balkon rein. Wer ist das? Johnny fährt Drohner. Ja klar. Alter, ich glaube das könnte übel werden. Ich habe IQ markiert. Ich habe IQ markiert. Ich habe ein Fenster links. War nicht hinter dir? Wie sieht es aus? Da. Hä, wo war die? Pass auf hinter dir. Thomas. Runder gehüpft, die Alder. Hättest du mich verarscht, habe ich hingeguckt. Ah, fuck. Ah, fuck. Ja, das war zu viel. Das muss ich machen. Ist nicht irgendwie blind los, gell? Die Alder, das war richtig clever. Der eine haut ans Fenster und dann kommt auf einmal die AQ von der Treppe an. Ah, sind ja schöne Schmerzen. Meine nur 5 kills, alter, meine Fresse. Was? Jetzt normal da, nur nicht so früh sterben. Ja. So, was wären denn ihre Schwächen? Was soll man mal mitnehmen hier? Sind sie reingerushed? Ne, sind sie daher. Beispiel Ash war die ganze Zeit am Fenster am Balkon. Hätte einer hinten im Schlafzimmer gewesen, mit Fenster offen, hätte er die wegmachen können. Meine Güte, wo fange ich denn hier an? Meine Güte, wo fange ich denn hier an? Bei Drohnen, das ist das. Ja, ganz offen, finde ich scheiße. Was? Lass die doch zu. Na brav. Ja, ich hab mich da durchgesprungen. Ja, aber du wirst ja erstmal anschießen. Ey. Eine Wand hätte ich noch. Ich hab ne Twitch Drohne zerstört. Na. Äh. Wo? Das war dumm. Vorne. Fenster, da ist einer. Balkon mich rausbegeben, aber das hat nicht geknappt. Fenster, was Fenster? Ich muss am Balkon geputzt. Ich hab mich aber bescheid, ich bin jetzt hier im Schlafzimmer, ne? Mach Kamera. Mach zu hier Terrorboy. Ich versuche immer Live Ping zu machen. Twitch Drohne. Mach sie weg. Hab ich. Bild und Twitch kommt wieder hier hinten gleich. Bei dir irgendwo Terror, pass auf. Mach die ganze Zeit Live Ping. Ich schieße die Cam kaputt. Vorsicht, Thomas. Auf dem Flur ist was. Bist du da? Ja, ich gucke aber in die falsche Richtung. Erste Falle aus. Kamera. Oh, genau. Sind da. Stopp. Der ist runtergefallen. Weil der Koffer offen war. Flur. Hat er dein Leben gehört? Flur, Thomas. Ich bin tot. Du hast dich hinten gedeckt. Ich hab doch gesagt in Flur. Ja, du hast ihn gedeckt. Ja, ich kann nur in eine Richtung gucken. Wie soll er denn da decken? Übern Flur. Hinten links. Tony. Ja. Übern Flur. Das doch wissen wir nicht. Da ist noch ein Monti. Bild ist beschäftigt mit dem Terror. Rücken schießen. Nicht, nicht mehr pieken. Links ist auch einer. Da sind zwei. Nein. Sehr schön. Und? Bei mir. Derby. Pass auf. Wo bist du? Hier an der Tür. Ah, der Terror ist das. Guck mal hinter dir. Was ist denn da los? Ist da noch einer? Schild will zur Bar rein. Schild ist in der Bar. Nein. Der ist da. Wo? Der Schürfer bei dir. Hinter dir. Der ist bei mir Derby. Ganz ruhig. Bleib da wo du bist. Nein. Ich mach nur ne Falle. Der ist in der Falle. Links vom Punish. Also geradeaus von Werbe. Ja, ganz ruhig. Der muss uns beide töten und entschärfen. Ja. Mein Spiel ist weg. Stopp. Wo ist mein Spiel weg? Ruhig bitte. Du bist weg. Stopp. Wir starten. Denk dran. Da kann ich vielleicht durchs Fenster ringen. Du bist weg. Du bist weg. Andere Seite puncher. Ja. Komm gleich. Hau hin den Scheiß. Rechte Seite gehen. Nein. Er hat sich selber angezogen. Er hat sich selbst gepflückt. Er hat sich selbst gepflückt. Tja. Das war wohl nix. Wir gab ein bisschen raus. Da ist dein Spiel in Desktop geflogen. Oh kein Chaun mehr. Was ist denn hier los? Warum dauert das Spiel so lange zu starten? Ich könnte kotzen ey. Wir müssen jetzt auf Zeit spielen, ne? Hm. Ich will noch nicht aus. Das kann ich auswählen, ne? Das kann ich auswählen, ne? Auswählen. Jetzt ist er wieder da. Bist zurück. Bist zurück. Bist zurück. Er ist wieder da. Wo gehen wir jetzt hin? Auf hier. Oben. Ich schieße erstmal den Haser. So. Die eine so. Den Herrsch. So. Komplett zu machen oder? Ds, der ist gut. Wo steht. Das war mit N, eine so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ah, daneben, ha, ha, ja genau, schieß mal schön, mal aufgemacht Richtung Ruinen, Richtung Ruinen lässt die Tür auf, im Balkon. Die Tür ist gekaselt, bei Kyrie ist er auf dem Flur, vorne. Und ein Mira Fenster vorne, zwei Mira Fenster, na toll, aber beide in Verstärkungen. Die Wand ist nicht verstärkt. Oder doch, hä, das ist alles verstärkt. Du musst Fenster aufmachen, um was machen zu können. Ja. Cool. Ja, selber angezündet. Rechts ist ein Karatekamm. Ich kann es nicht sehen. Da habe ich mal die Tür aufgehoben, ne? Alter, von wo? Geissgang, die Valkyra, linke Seite lang, Gang. Sauber. Die hat sich hinter dem Ding versteckt. Am Schrank. Eine Linksderby, da war die Valkyra aus, ihr habt die schon. Ja, hab mich auch ein bisschen getroffen. Guckt ihr da hin? Ja, im Moment ja. In Gang, die sind am Schrank, kann ich von dir aus. Gang, rechts, lang, da ist irgendein Schrank. Scheiße. Im Tresorraum. Am Billardtisch liegt der, wo, wie ich letztens lag, an der Ecke. Und guckt auf die Tür. Ist noch einer da hin? Links liegt einer, der ruhig. Nein, die kommt! Ja, hab ich. Ja, zur Treppe runter. Komm. Ist hier, ich weiß das. Ich markier die, wenn die hier über den Gang kommt. Ich hab auch keine Drohne. Die ist immer noch dort vorne bei Panic. Müssen jetzt was machen, Jungs. Ich werde über links gehen. Oh, jetzt. Panic, pass auf jetzt. Billardtisch. Billardtisch, linke Ecke. Linke Ecke. Play planten. Nehmt den Koffer, beeilt euch. Nein! Geil! Ja, du hast ja noch einen. Arschlecken. Arschlecken. Nein! Gewonnen. Ist das geil. Aber der hatte keine Chance mehr. Guck mal, kuscheln. Labra, was hast du denn da wieder gemacht? Was denn? Warum bist du da gestorben? Wo? Nein, der Labra, du wusstest doch, dass der da sitzt, oder? Ja? Ja, ich hab vorher geschossen, dann wieder rum, und da hat der schon vorher auf mich geändert. Das ist jetzt Kriegsgericht. Ich hab einfach nur auf Terrorloch gehofft, dass der nicht das gibt. Also am Billardtisch war auf jeden Fall nicht. Ne, da haben alle hingeguckt. Ja, alle haben sogar hingeschossen. War er nicht mehr? Nein! Der hat mich von hinten erschossen. War gerade der Feuerloch-Tisch. Ja, ist auch eine Zeit her. Ich könnte nur sagen, dass er zum Schuss war, ne? Ja. Alle. Aber wenn du aus der Richtung kommst, wer will ja natürlich halt direkter Beschuss, ne? Für ihn. Der ist zusammenher genau aus dieser Richtung da. Der hättet nur noch mal da denselben Scheiß machen müssen. Geh genau. Ich will ja durchstehen. Die anderen beiden sind von der anderen Seite gekommen. Und dann halt so auf einem Bereich. Brauch doch. So, keine Müdigkeit verschützen. Aha, das ist hier wo das Resorting ist. Fliegerzimmer. Hallo. Ha, hier war so ein Fangteil. Ich hab mich gar nicht erwischt. Ja, klar. Hoppa machen sie auch. Frone kommt nicht hoch. Mozi. Ist in die Küche irgendwo, aber nach hinten gerannt. Servierzimmer. Hab ihn markiert. Und. Du bist zu. Ist noch im Flur. Da hinten ist das Fenster angeschlagen. Laba, bei dir. Ja, hab ich schon drauf. Mozi ist links von euch. Ich bin in der Hauptbahn gewesen. Welch? Da ist einer von schon in die rechten. Ja. Ja. Hab ich doch gesagt? Ja. Weiß mal nicht, wo der Raum der ist gerade jetzt. Jo, hast recht, die ist angeschlagen, ne? Ja. Aber da in den Raum. Diesmal haben sie es schlauer gemacht. Guckst du mir grad zu, oder was? Naja. Der gerade Tor. Aber von links ist er gekommen. In dem Raum. Aber nicht im Klavier, oder? Doch, vom Klavier ist er gekommen. Vorsicht, da war der bei dem Klavier. Ja, hier war. Ist gut möglich, dass er hier an der Ecke ist. Ich geh in die Kälte. Ah ja, pass auf, bleibt drauf, fand ich. Ja, ich guck. Ich hab nen Flur. Wer ist denn das? Hotzee war unten. Flöte, oder was? Der war doch eben noch hier. Gehst du andersrum? Ja, ich bin im Klavierzimmer. Ist nicht da. Ist abgehauen. Zeit läuft uns ein bisschen da vorne, Jungs. Einer ist unten. Ja. Ich wollte markieren. Im Aufmerksamkeit. Markiert. Punished. Er läuft. Er ist richtig nervös. Läuft nach rechts. Hier. Hier. Er läuft weiter. Er will dich umlaufen. Nee. Nee. Ich mach weiter. Hast du? Nein! Der hat dich erwischt. Kotze. Kann ich einen aufmachen? Wo ist der? Panisch rechts. Da. Rechts rein in den Raum. Da ist kein Raum. Nein, nicht unten. Nicht nach unten. Rechts in die Tür. Da. Da drinne ist er. Ein Raum weiter. Versuch nach oben zu kommen. Hier? Ein Raum weiter und nach rechts. Versuch nach oben zu kommen. Das ist mir zu heiß. Die Zeit läuft euch davon. Ja. Na. Mir rennt einer hinterher scheinbar. Kommst hier wo rein? Hier ist alles zu. Hier ist alles zu hier oben. Hallo. Bande. Wir müssen jetzt hier hin. Ja. Mach, mach. Schnell. Ich blende. Ich blende. Nur schießen. Ballert rein irgendwas. Ballern. Ein hab ich mit Messer. Links Johnny auch. Mit links. Warte. Das war aber jetzt Chaos. Ding gerade. Mira steht vor mir. Messer. Scheiße. Hat mir einer weggenommen. Friendly Fire. Guck mal. Fünfmal Friendly Fire. Fuck. War allerdings. Das ist doch der Helm von der Mira. Wo ist Messer? Ey so. Wo gehen wir jetzt nochmal hin? Das wäre der Hammer. Ein bisschen zu wild. Ein bisschen zu wild. Weil wir verteidigen. Nochmal angegriffen? Hä? Ja. Ranked. Waren wir nicht dran jetzt mit verteidigen? Ne. 3-2. Äh. Pure Chaos. Ja. Da können sie jetzt schon mal nicht mehr sein. Genau. Die Zeit schon zählen hörst. Da denkst du noch was macht man jetzt? Scheiße. Ding, ding, ding. Wie ein Counter und 10, 9, 8. Oh je ist ja schon eins. Zu spät. Du musst da aufpassen, dass sich Feuerfeil abschießt vor Schreck in die Tür. Wohnzimmer unten sind ziemlich. Hä? Oben. Ja, die gleiche. Oder Küche. Ne, das ist hier. Kriegerzimmer nicht. Haftzimmer? Schlafzimmer und Schuff. Aber oben. Oben, ja. Unten ist Puls. In der Küche. Ja, der will äh C4 hochschmeißen. Hast du Cam da? Nein, ist kaputt. Hat er ja... Also, ja, der will da C4 hochschmeißen. Einfach die gute Keramikschaste kaputt gemacht. Also Puls ist unten, ne? Aber wo genau weiß er nicht mehr. Ne, der ist ja weiter gegangen. Ja, ich kann jetzt mal den Winx anmachen. Das geht, geht, geht. Kion. Kann ich machen? Noch nicht, oder? Also, da haben wir einen beim Fernglas. Fernglas ist auf jeden Fall einer. Ah, zwei kommen Richtung Bad. Ich muss beim Panne schneiden. Zwei kommen Richtung Bad. Ja. 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 ich habe kontakt nein wo ist dein schärfer scheiße ich war drauf hier unten ist ja meine der fressen vor der tür da ist puls ist unten neun küche bei mir so über das dach übergehen schon die schon badezimmer der ist badezimmer der ist der links der rechts halte ich zeit läuft direkt an dem window da war aber lieben ist rechts jörg ans ersten ball ist da der badewanne der fuß trappelt durch bad durch der badewanne genau bei terror in der cam er liegt er unten in der matte mehr hat das in der badewanne käme ist weg du musst scharf rechts schießen und am fuß rechts jetzt da ja da da liegt er ist kommt noch der andere los gerade wir wurden gefegt gerade der traur oder hat eine gute zielmarkierung gekriegt vorher der indikator ne jetzt habe ich gefühlt vier fünfmal angegriffen oder irgendwie wird das 3 zu 3 hier schon zur königste fliehen mittlerweile das ist das mit den biller tüschel schon ewig hast du denk wie vorletzte ding-dang 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 hey panisch hat noch nicht gewählt jetzt ding-dang 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 preparation phase Die können wieder oben sein, ne? Ja, sicher. Der Keller sieht so schön aus, aber geht nicht mehr. Puls, geht die Treppe runter. Ne, die stehen oben. Das ist ein Spot, oder? Ja. Ja, von mir aus. Machen wir mal Fragen, ne? Komm, Mira, komm raus. Markier mal, äh, warte mal. Alter. Was denn? Unfall? Äh, nein! Ey, da war die ganze Zeit! Das war eh! Ja, da war der Lappler! Nee! Stoß! Von unten, ah! Du verdammte Scheiße! Live Pings! Nice! 2 Live Pings! Ungefähr! Ich geh auf die andere Seite! Ich lenk sie drüben ab am Fenster! Noch einer! Schieb! Du willst es aber unten, Daniel! Hä? Ich seh die gar nicht, ey! Ich kann jetzt grad nicht! Ich bin am spielen, Jason! Das ist doch mal eben die Mama! Meine Gü- Hä? Hä? Ich hab doch einen! Ach so! Hä? Komisch in der Wand! Mira Fenster, der eine, der Kain! Da ist einer links, ne? Naja! Ah, da wird... Hä? Ich hab da Augengeräusche gehört links! Ja! Schweinebacke! Die Küche! Ist der! Da ist er! Ähm... Könnte ein anderer... Ist mal Kühe frei, wisst ihr das? Ja! Da ist er! Ja! Kann ein anderer Mira spielen für die Fenster? Ja, ich! Wie war das? Die beiden äußeren Wände waren das, ne? Hm... Ne, rechts eins und, äh... Link... Ja! Immer links und rechts eins! Die inneren Wände wär wär, wär das nicht egal! Da ist ja kein Loch dazwischen! Was ist hier, ne? Hier muss man wegschieben! Komm nie durch! Kaputt, mach! Ach so! Ach so! Was ist das Loch in die Wand geballert? Vorsicht, Sony! Vorsicht! Ne, Show! Auf dem Balkon ist einer auf jeden Fall! Ja! Ja! Alter! Alter! Einer ist unter dir, Sony! Mhm! Ja! Komm, Alter! Es ist auf dem Balkon! Ja, aber ich krieg's ja nicht! Ich muss den Aut haben, aber sie ist abgelenkt, Mann! Einfach spielen! Ja! Ja! Noch einer! Koffer ist hier bei mir! Oh je! In die Balkure-Cam! Okay, der dicke Junge... Und jetzt sind wir, sitz ich doch, oder nicht? Es ist hier! Denk mal, die Stairs sind dann auch nicht mehr selber! Hallo! Alles klar! Über das Kaminzimmer! Kaminzimmer ist eine andere Tür! Ja, da kommt jemand! Über das Kaminzimmer kommen sie! Ich glaub, Ash ist weg! Der Krohn ist auch noch besetzt! Unten in der Küche ist einer drin! Und auf dem Flur! Joni, bist du in der Camp? Markier ruhig oben, ne? Ja! Flur! Von Treppe aus! Farnisch, wo sitzt du? Studierzimmer! 20 mal von Steine k smooth grassen! Ja! Und ahhh! war über den langen gangrennen noch mal zündung nicht nach hause nehmen angreifen 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 kalienjong Matschball Matschball Fliegerzimmer nicht Superfairaufheben Hehehe Einer wird auf jeden Fall wieder unten sein mit C4 und dann trotzdem ich habe in der c4 ja hier auch nicht ja hier ja puls ist und eine küche die küche ist man Welcher Raum ist da drüber? Ja, er macht viel. Ja. Er baut sich in der Tür. Warum das? Die haben sie auch. Er baut sich alles. Das ist der gute Spieler. Egal. Ich will die Camp nicht direkt machen. Da ist noch Pullzone. Wir gehen mit. YAY. Lachen. Zwei. build-up. Zwei. Zwei. Zwei, zwei, zwei. Zwei, zwei, zwei. 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 hinter der wand hinter dir live ping immer noch ja ich sehe nicht mehr jetzt ich weiß es nicht ich habe keine die auf jeden fall nicht mehr ist drin richtung der wirken körper auch scheiße direkt an der bombe ja das direkt hier an der bombe der hängt hier direkt am bombenplatz versuchen zu markieren aber der geht mir aus der throne wo wissen du hier hinten die ecke vom kamin könnten dann treffen und da bleib in der ecke ich mag hier den wenn der hier zur tür kommt bleibt so er mag hier ja der ist rechtzeitig aber der hängt in der ecke du kannst vorrücken langsam vor eine markierung ja der ist recht das sind stacheln gerade durch in der mitte von der tür stacheln mit der tür gerade zwei hintereinander jetzt die stachel hängt in der tür noch jetzt blende kann ich labra muss auf der tür bleiben rechte seite bleib auf der tür kommt panisch sehr schön bleib in der ecke jetzt blend muss rein blenden links blende alter herzstillstand der ist links von dir aber noch weit weg jetzt zurück weg 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 genau wir haben ne camp ja wir markieren erst wenn der entschärft bitte nicht vorher markieren nein ist er denn jeder klubber ja nicht markieren nein der puls ist das weit weg nein der sucht erst mal warte der trottel sucht ist das geil der sucht immer kommt er entschärft jetzt vollgas hin in die ecke rechts rum rechts um die ecke rum feuer nein ja verschissen alter ein halbes ding hat gefehlt der homo ja ein halbes teil hat gefehlt ein halbes ding hat er geschafft alle wenn einer redet ach herrlich arschlecken gewonnen das war geil ja da musst du am besten sagen wenn du was sagst am besten war am besten war derby so und vorbei ich hab doch genau bei 1 noch gelegt mir blieb ja keine wahl mehr ja weil du einmal abgebrochen hast und dann dachte ich oh oh dann hat das doch für eben geschafft das war schon die vierte runde gewonnen ja das war aber eine harte runde ja das war schon heftig ja da wo ich geblendet habe oder du erst ne da kann der puls kein c4 hochschmeißen da ist ja beton im boden ne ach so ach ich bin rausgegangen ich idiot ich bin kurz vor gold 1 jetzt warum ich immer noch gold 2 ihr müsst rausziehen und mich neu einladen bitte so ich bin auf jeden Fall raus jetzt ja Terron, geh mal raus dann bist du nicht mehr die Königin derby du musst jetzt einladen und Olic ist ja auch da glaub ich ne ich kann einladen wir muss ihn jetzt einladen hab ich schon gemacht kannst rauchen gehen ok hier auch einer raus ey geile runde ey ich wünsche euch noch einen schönen Abend tschüss tschüss hey es fing ja an damit, wir beide sind nur noch immer noch plat 8 gold 2 das kann doch nicht sein eigentlich oder ja immer noch jetzt fehlt aber nur noch paar Pünktchen na gut du warst was warst du silber 1 ja ja nee silber 3 ja die mit